Glück auf und willkommen zu einer neuen Folge von Kassettenkind. Ich freue mich unheimlich, dass ihr wieder dabei seid. Falls ihr Kassettenkind nicht kennt, es ist eine neue Serie, die ich seit kurzem mache, wo ich einfach die Highlights aus meiner Hörspiel-Kassettensammlung vorstelle. Und in dieser Folge möchte ich euch eine, ja eigentlich eine TV-Serie aus den 80ern vorstellen, die dann später auch als Hörspiel gemacht wurde. Und es ist eine relativ futuristische Serie. Sie wurde in den USA, ich glaube 87, 86, 87 oder so ausgestrahlt mit mäßigem Erfolg. In Deutschland wurde die 1989 ausgestrahlt, soweit ich weiß auch mit mäßigem Erfolg. Und die Rede ist von der Hörspiel-Serie Max Headroom. Max Headroom, genau. Falls ihr Max Headroom nicht kennt, Max Headroom ist eine künstliche KI, die aus dem Gedächtnis oder aus dem Bewusstsein von dem Reporter Edison Carter quasi erschaffen wurde. Und die werden dann zusammen das neue Dream Team beim Sender 23. Und Edison Carter ist halt, ja, Sensationsreporter. Der deckt halt immer irgendwelche politischen Machenschaften auf oder geht auf gesellschaftliche Problematiken ein und macht das Ganze in so einer Art Blogger-Style. So und er deckt halt immer die Wahrheit auf. Und das für den Sender 23. Darum geht es halt in dieser TV-Serie. Die Serie wurde leider nicht als neues Hörspiel produziert, sondern es wurden lediglich die Originalspuren, Audiospuren genommen und dann mit so einem Sprecher versehen, der das Ganze so ein bisschen weiter aufklärt. Weil es entstehen manchmal Lücken, weil in der TV-Serie natürlich alles auf die Optik ausgelegt ist und in einem Hörspiel sind eben Sachen, in dem Hörspiel kann man eben die Sachen nur hören. Deswegen braucht man einen Erzähler, der da die Lücken einfach ein bisschen schließt. Veröffentlicht wurden die damals bei Karussell. Ihr seht hier, es gibt fünf Folgen und auf jeder Kassette sind immer zwei TV-Serien drauf. Bis auf die erste Folge in der Psychospots. Psychospots, da geht es im Prinzip, das ist eine Doppelfolge, da geht es darum, wie Maxedrum halt entstanden ist. Genau, ich stelle die mal so auf, dann könnt ihr euch die Cover angucken. Wie gesagt, ich will euch jetzt hier nicht jede einzelne Folge erzählen, was da drin passiert. Ich will euch aber nur meine Highlights einmal vorstellen. Und zwar geht es einmal, jetzt muss ich gucken, welche das ist. Kampfbotspiele, Anarcho TV. Nicht-Existenzen zum Beispiel ist bei Folge 3 auf der ersten Seite. Da geht es darum, dass eine Untergrund-Hacker-Truppe den Sender 23 angreift. Und sie wollen im Prinzip damit auf gewisse Missstände hinweisen. Und das hat mich so ein bisschen an diese Hacker-Gruppe, die vor einigen Jahren immer aktiv war, erinnert, dass das Thema eigentlich gar nicht so weit weg ist. Dann noch zu sagen, welche Folge mir auch sehr gut gefallen hat, beziehungsweise die ganze Kassette. Wie gesagt, es sind hier immer zwei Folgen auf einer Kassette. Das ist einmal hier Folge 5, Neurostimulation und die zweite Folge Zensurcomputer. Bei Neurostimulation geht es darum, dass eine Fastfood-Kette bei jedem Burger-Menü so ein Stimulationsarmband mit rausgibt, wo die Werbebotschaften dir direkt ins Gehirn geschossen werden. Und Edison Carter denkt sich, ob das so richtig koscher ist und macht dann so einen Selbstversuch. Und bei diesem Selbstversuch geht ordentlich was schief, weil was er nicht wusste ist, dass diese Fastfood-Kette ihm schon längst auf der Spur ist. Und die haben ihm so ein mega Stimulationsarmband verpasst, was dem so völlig die Synapsen irgendwie verbrennt. Und der rennt wie so ein Zombie los und kauft einfach wahllos irgendeinen Müll, verschuldet sich hoch und gerät da völlig aus den Fugen. Ist eine wirklich sehr cool gemachte Folge. Dann noch Zensurcomputer. Finde ich auch eine sehr spannende Geschichte. Hat mich an Artikel 13, jetzt 17 und die Upload-Filter erinnert. Da geht es darum, dass eine künstliche Intelligenz bestimmt, was im Fernsehen zu sehen ist. Und da stellt sich natürlich die Frage, kann eine künstliche Intelligenz überhaupt über richtig und falsch entscheiden? Und darf eine künstliche Intelligenz darüber entscheiden, was gesendet wird oder was nicht? Auch eine sehr spannende Folge. Das finde ich insgesamt an der Serie so spannend, dass es viel, also es geht oft darum, wie der Sender 23 einfach die Menschen manipuliert, wie Informationen manipuliert werden, wie Machenschaften quasi geheim gehalten werden sollen. Das, finde ich, macht diesen Reiz an dieser Serie einfach aus. Das ist, wie gesagt, eine sehr gut gemachte Serie. Und ich finde es auch spannend, wie die in den 80ern sich die Zukunft vorgestellt haben. Da gibt es zum Beispiel, dass jeder hat einen Fernseher natürlich, natürlich noch als Röhre. Und man kann diese Fernsehgeräte nicht abschalten. Das heißt, die laufen nonstop durch und man kann die einfach nicht ausschalten. Dann ist auch interessant, diese Netzwerke, die es da gibt. Also es sind große Firmen, die einfach alles Mögliche steuern und man wird eigentlich ständig überwacht. Dann gibt es natürlich auch die gesellschaftliche Schere zwischen Arm und Reich. Das wird auch ganz gut dargestellt. Also wie die untere Schicht eigentlich von den oberen gebeutelt wird. Teilweise wird, weil sie kein Geld haben, wird in die Bildung verwehrt. Das ist auch ein Thema in den Folgen. Also ich muss sagen, von der Gesellschaftskritik her finde ich das wirklich eine sehr gut gemachte Serie. Und deswegen verstehe ich auch nicht, warum die damals einfach nicht so erfolgreich war. Aber sei es drum. Genau, kommen wir noch zu den Synchronsprechern. Die Hauptrolle wird in der TV-Serie gespielt von Matt Frewer. Den werdet ihr kennen aus Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft. Da spielt er diesen schwuligen Nachbarn. Oder jetzt aktuell in Fear of the Walking Dead in der letzten Staffel. Da hat er einen von den Bösen irgendwie gespielt. Aber synchronisiert wird er von Detlef Bierstedt. Den kennt ihr natürlich als Synchronsprecher von George Clooney und zahlreichen anderen Hörspielen. Dann gibt es noch die Theora Jones. Das ist die Assistentin von, oder die Koordinatorin in dem Sender 23 für Edison Carter. Und sie wird gesprochen von Sabine Schulz-Jäger. Und zwar ist das die Synchronsprecherin von beispielsweise Lisa Kudrow oder Laura Dern. Dann gibt es hier noch den Hacker Bryce Lynch, der unter anderem quasi Max Hedrum erschaffen hat. Der wird im Original gespielt von Chris Young und gesprochen wird er in der deutschen Serie von Frank Schaff. Frank Schaff ist die Stimme von Ethan Hawkey. Werdet ihr sicherlich kennen. Und er hat, ich meine, Folge 6 bis 33, hat er den Otto von Benjamin Blümchen gesprochen. Da war er noch einen Tacken jünger. Dann gibt es noch den Produzenten oder Aufnahmeleiter Murray. Der wird gesprochen von Friedrich Beckhaus. Und Friedrich Beckhaus, das ist die Stimme unter anderem von Ian Holm, Robert Duvall. Und ihr kennt ihn natürlich als Dr. Watson aus Sherlock Holmes, also aus dem Hörspiel. Was auch noch interessant ist, es wurden nicht alle Serienteile als Hörspiel umgesetzt. Es fehlt, glaube ich, die Pilotfolge, Folge 9, 10, 11 und 14. Warum die fehlen und warum die nie als Hörspiel erschienen sind oder warum die nie in dieser Reihe erschienen sind, kann ich euch nicht sagen. Da habe ich leider keine Informationen darüber gefunden. Es ist auf jeden Fall schade, weil, wie gesagt, ich finde, insgesamt war es eine sehr gute Serie. Wer sich aber lieber die TV-Serie angucken möchte, kann natürlich auf die DVD zurückgreifen. Die gibt es allerdings nur auf Englisch, dafür aber halt vollständig und mit ein paar Bonus-Features dabei. Wie gesagt, ich finde sie gut gemacht, macht Spaß. Ist natürlich immer schwierig, wenn man sich heute so diese ganzen 80er-Dinge anguckt, weil die technisch waren die natürlich nicht so weit, wie sie heute sind. Trotzdem ist es eine gute Serie, weil ich finde inhaltlich auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Genau. Ja, das war es auch eigentlich schon mit dieser Folge Kassettenkind. Ich habe mich sehr gefreut, dass ihr wieder dabei wart. Und was mir noch zu sagen bleibt, ja, abonniert meinen Kanal, lasst auch ein Like da und vor allem schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr Max Headroom kennt, was eure Lieblingsfolgen sind und was euch vielleicht nicht so an der Serie gefällt. Vielleicht habt ihr auch noch ein paar Fragen. Ihr wisst ja, ich beantworte eure Fragen sehr gerne. Ich würde mich auch darüber freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert, wenn ihr ein Like da lasst und vor allem, wenn ihr auch die Glocke drückt, weil dann bekommt ihr immer eine Information, wenn ich ein neues Video hochlade. Dann würde ich sagen, habt Spaß, hört Hörspiele und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann!